Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute beschäftige ich mich mal mit einer Notiz-App, die als Alternative für OneNote oder Evernote oder irgendwelche anderen kommerziellen Angebote genutzt werden kann, inklusive einer Synchronisation über verschiedene Betriebssysteme bis auch zum Android oder halt zum iPhone. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch ein Abo habt, dann abonniert den Channel und wenn ihr zunächst Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es da noch das Glöckchen. Wer meine letzten Videos geschaut hat, hat sicherlich mitbekommen, dass ich mich derzeit ein wenig mit dem Thema beschäftige, wie man sich von den großen Anbietern lösen kann. Vorwiegend betrifft das ja Microsoft oder auch Google und heute ist es halt die Notiz-App. Also das heißt, es gibt ja dann die großen Anbieter wie OneNote, Evernote und was auch immer. Gibt es eine ganze Reihe. Dort ist aber immer das Problem, ja, wo liegen denn die Daten? Wenn man die dann synken will über die Cloud und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Da hat man nicht wirklich viel Einflussmöglichkeiten darauf. Bei meiner ganzen Suche habe ich da so ungefähr 20 Produkte getestet und bin halt jetzt bei Joplin hängen geblieben. Joplin ist quelloffen. Also das heißt, man kann zur Not auch kontrollieren. Man kann eigene Plugins reinprogrammieren und hat API-Möglichkeiten. Vom Standard-Funktionsumfang kommt das natürlich technisch nicht an OneNote an. Also das will ich auch gar nicht behaupten. Für meine Zwecke habe ich das aber auch für gut befunden. Also der Funktionsumfang für mich ist völlig ausreichend. Schade ist bei Joplin ein wenig, dass die Android und iOS App aktuell noch keine Plugins unterstützt und dass der Editor auch ein bisschen beschnittener ist. Macht aber in der Praxis nicht wirklich viele Probleme oder Sorgen. So finden kann man Joplin über die Webseite joplinapp.org und man kann sozusagen das einfach herunterladen. Also es gibt für Windows 32, 64-Bit sogar eine Portabelversion für macOS und auch für das M1 Macs, also alles was die neueren Macs sind und für Linux auch. Ebenso gibt es die jeweiligen Stores für Android und iOS. Erweiterungen gibt es unter joplinapp.org-plugins. Da gibt es eine ganze Menge. Aber wie gesagt, in den Mobilvarianten funktionieren die leider nicht. Aber man muss auch von denen nicht wirklich viele benutzen. Also ich habe glaube ich nur ein Plugin mal testweise probiert, aber hier ist nichts drin, was mich jetzt sonderlich, also zum Beispiel kann sein, dass manche diese Kenman-Geschichte interessiert oder dass man ein erweitertes Tagging machen möchte oder halt irgendwelche Templates-Geschichten. Die sind für die Funktionsweise von Joplin nicht unbedingt nötig. Wer Joplin erweitern möchte, der sieht halt hier alle Themen zur Entwicklung oder API-Anbindung und so weiter. Also da muss man halt sich dann ein bisschen durch beschäftigen. Wer es braucht, ich brauche es nicht. Bei der Installation unter Linux kann man natürlich jetzt hier runterladen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier Linux Mint findet man Joplin auch in den jeweiligen Paketmanager. Einfach Joplin suchen. Und da haben wir es schon als Flat Hub-Variante. Anklicken. Installieren. Und da haben wir es schon. So, da können wir das natürlich gleich starten hier. So, dann heften wir uns das gleich mal in Stock, damit wir das nicht jedes Mal suchen können. Und dann öffnet sich das Joplin so. Ich mache es mal ganz groß. So, wir sehen jetzt hier Notizbücher. Das kennt man aus OneNote und anderen auch. Also das heißt, man legt Notizbücher an und darunter gibt es Einträge. Bisschen merkwürdig ist im Prinzip hier der Editor, also im Standard zumindest. Das ist ein Markdown-Editor hier auf der Seite. Und auf der Seite sieht man das Ergebnis. Wenn man dann damit nicht so richtig klarkommt, gibt es in dem auch die Möglichkeit, auf einen normalen Editor umzuschalten. Es wird aber aktuell noch so ein bisschen unten gewarnt, dass das hier oder da ein bisschen Probleme bereiten kann. Ja, weil diese Kompatibilität von diesen ganzen Sachen sind nicht unbedingt ganz hundertprozentig Markdown-fähig. Hat aber in meinen Augen bis jetzt nur Bedeutung, wenn man diese Notizen irgendwie als MD, also Markdown-Datei, exportiert und in einem anderen Markdown-fähigen Editor öffnen möchte. Innerhalb von Joplin habe ich da gar keine Probleme erfunden. So zum Beispiel, hier kann man jetzt, sag ich mal, nur die Größe des Bildes manuell mit Tags bearbeiten. In dem kann man hier die Bilder halt einfach mit dem Editor bearbeiten. Wenn ich jetzt zurückspringe, sehen wir, dass sich halt dieser Tag hier verändert hat. Das will natürlich keiner wirklich mit der Hand bearbeiten. Ich mache nur einen ganz kurzen Rundumschlag. Technisch sollte sich das jeder selber anschauen. Das ist eigentlich alles nicht so kompliziert. Hier oben erstellt man neue Notizbücher. Macht mal eine neue. Sehen wir, es ist leer. Dann können wir eine Notiz erstellen. Oder wir können das Ganze auch als Aufgabe erstellen. Also dann hat man hier so ein Häkchen dran. Hat halt einen Charme. Also das heißt, man macht eine neue Aufgabe. Und noch eine Aufgabe. Und dann hat man jetzt hier die Aufgaben drin. Kann man hier immer ran editieren. Dann sagt man, okay, wann hat man was gemacht. Und wenn man es dann irgendwann erledigt hat, macht man hier ein Häkchen. Und dann haben wir jetzt gesehen, dass er zum Beispiel die abgehakte Aufgabe nach unten bringen hat lassen. Bei den Notizen funktioniert das nicht ganz so. Da kann man dann nach Alphabet sortieren oder solche Sachen machen. Das Hinzufügen von Bildern und Dokumenten, das funktioniert ganz einfach per Drag & Drop. Ich zeige das mal ganz kurz. Das heißt, ich tue mal hier eine ZIP-Datei mit reinpacken. Habe jetzt keine Word- und Excel-Dateien oder irgendwelche anderen. Da bei Bildern funktioniert das gleich. Das ist jetzt als Bild drin. In dem anderen Editor fügt man das Bild einfach als Bild hinzu. In der Desktop-Variante kann man sogenannte Nutzerprofile anlegen. Das heißt, hier über Datei sehen wir, haben wir ein Profil default. Das ist jetzt das. Wenn man jetzt zum Beispiel das Job-Datei verwenden will, mal privat und mal mit der Firma. Spätestens wenn man synken will, ist das relevant, weil man innerhalb eines Profils die Sachen nicht voneinander trennen kann. Oder man hat verschiedene Gruppen oder Themen oder Projekte, wo unterschiedliche Leute dran sind. Dann kann man das innerhalb eines Profils nicht voneinander trennen. Das heißt, jeder, der an diesem Notizding dranhängt, über die Sync, hat auch alle Notizen und da gibt es keine Möglichkeit, irgendwelche Unterberechtigungen zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das bei OneNote geht oder bei Evernote. Ich glaube ja. Solche komplizierten Zwecke hat man ja in unseren kleinen Konstrukten in der Regel nicht. So, ich habe es nochmal zurückgesetzt, alles leer gemacht. In der Desktop-Variante kann man mehrere Benutzerprofile anlegen. Das ist spätestens, wenn man synchronisieren möchte, so eine Entscheidung, ob man es braucht. Und zwar, man kann innerhalb eines Profils nicht Berechtigung setzen. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat einmal eine private und einmal eine firmeninterne Geschichte. Das heißt, man hat ein Team von fünf Leuten oder mehrere unterschiedliche Teams, die aber nicht auf alle Notizen zugreifen sollen. Ja, dann braucht man halt mehrere Profile. So, für jedes Profil kann man eine separate Sync einrichten. Wir gehen mal gleich auf die Sync. Gehen auf Optionen. Dann hier auf Synchronisation. Dann kann man hier den Sync-Assistenten öffnen. Und dann sehen wir einfach schon, dass hier so ein paar Templates vor sind und halt natürlich ein paar kleine Unterschiede. Wir haben hier Notizen. Das tun alle synchronisieren. Notizen im Internet veröffentlichen. Geht hier nicht. Geht hier nicht. Wir wollen ja dann später die Nextcloud benutzen. Dort würde das theoretisch gehen, aber nur ein bisschen umständlich. Aber auch nur, wenn man nicht Verschlüsselung verwendet. Sollte aber auch hier nicht funktionieren, wenn man Verschlüsselung verwendet. So, gemeinsam mit anderen Annotizbüchern arbeiten. Die werden hier wahrscheinlich eine bisschen bessere Userverwaltung haben. Das geht auch ohne den. Nur halt nicht wirklich mit einer schönen Benutzerverwaltung. Aber wie gesagt, das kann man dann immer diese Profile machen, wie ich gesagt hatte. Also diese Einschränkungen, die haben im Prinzip alle anderen Sync-Lösungen aktuell auch. Bis auf, also wir haben ja noch mehr Möglichkeiten. Wir gehen mal hier unten drauf. Das wäre die Joblink-Cloud Dropbox OneDrive. Dann das eigene Dateisystem. Das heißt, wenn man jetzt zwei, drei Rechner im internen Netzwerk hat, da kann man sich sozusagen ein Verzeichnis irgendwie freigeben. Und dann greift man von den anderen Rechnern direkt darauf zu. Ich selber, ich benutze die Nextcloud dafür mit dem WebDAV. Also die Nextcloud arbeitet auch mit WebDAV. Mit dem WebDAV-Option hier hatte ich eher Probleme mit der Authentifizierung auf verschiedenen WebDAV-Servern. Das hat was damit zu tun, welche Authentifizierungsstandards eingestellt sind oder zugelassen werden. S3 wird für die meisten wahrscheinlich uninteressant sein. Interessant ist dann, wenn das mal nicht mehr beta ist, wahrscheinlich der eigene Joblink-Server. Da der aber noch beta ist, ist das aktuell indiskutabel. Davon abgesehen ist die Installation, ich habe das mal durchgetestet, relativ umständlich aktuell. Daher für Otto normal unbrauchbar. So, nun kommen wir mal zur Sync. Ich habe ja gesagt, ich benutze die Nextcloud. Blicken wir hier mal an. Haben wir hier die Nextcloud. Ich habe hier einen Ordner Joblin erstellt. Den habe ich jetzt einfach in der oberen Ebene. Wir geben das jetzt hier nicht frei, weil das ja keine Web-Verbindung ist, sondern wir brauchen den WebDAV-Pfad. Das heißt, wir gehen hier auf Dateien und Einstellungen und dann bekommen wir hier unten den Pfad zu unserer Instanz. Dieser Pfad ist aber natürlich in die oberste Ebene. Das heißt, wir kopieren den. Gehen wir in unser Joblin. Kopieren den hier rein. Das hier vorne ist natürlich der Server. Muss jeder selber bei sich so einrichten, wie es gebraucht wird. Das bleibt alles gleich. Also Remote, PHP, Schrägstrich, darf, Schrägstrich, falls. Das ist im Prinzip der Username, der Nextcloud. Und dann wollen wir natürlich das nicht in den Hauptordner, sondern in unseren Unterordner und die Alicia Joblin. Und dann nehmen wir ganz normal unsere Nextcloud-Anmeldedaten. In dem Fall ist es jetzt hier einfach mal Rascot und ein Passwort dazu. Die 5 Minuten Synchronisationsintervall würde ich lassen. Grundsätzlich ist es günstig, das alles am Anfang schon zu machen. Hier auf die erweiterten Einstellungen gehen. Okay. Und wir müssen die App neu starten. Warum auch immer. Jetzt sehen wir schon, der hat ja einen Ordner angelegt und mit ein paar Dateien. Also das ist jetzt noch nichts, was uns jetzt interessiert. So, jetzt synchronisiert der im Prinzip erstmal diese Default-Nodes. Wir erstellen parallel mal ein Notizbuch-Test und eine Notiz-Test-Fallow-Test. So, jetzt hat er das eine Element aktualisiert. Jetzt sehen wir hier eine ganze Art MD-Dateien. Ich versuche jetzt mal rauszukriegen. Moment, ich würde das nochmal gerne, dass wir mal einen Unterschied sehen, damit wir wissen, welche von diesen MD-Dateien die letzte ist. So, dann machen wir nochmal Sync. Abgeschlossen. Die Datei sein. Ja, genau. Hier sehen wir den Text oben. Test. Und Hallo, Test, Jojo. Das heißt, hier sehen wir schon das Sicherheitsproblem. Das heißt, wenn wir jetzt mit OneDrive oder mit Dropbox das synchronisieren, dann liegt das dort ebenso verschlüsselt drauf. Wenn wir das jetzt auf dem Handy verwenden oder wir das allgemein verwenden, auch mal schnell irgendwie mal wichtige Sachen reinzuschreiben, die vielleicht ein bisschen kritisch sind, da ist das natürlich super negativ. Auch die Nextcloud, wenn das die eigene Nextcloud ist, sie steht ja frei im Internet, ist natürlich ein potenzielles Angriffsziel. Und daher ist es Quatsch, wenn man sagt, okay, ich will das der Nextcloud auch öffnen, davon abgesehen, dass er hier mit dieser Struktur, das eh nicht sehr freundlich ist zum Lesen. Wir wollen, dass im Prinzip zwischen den Geräten das Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das heißt, nur die Endgeräte können im Prinzip diese Dateien lesen und auf dem Server ist das dann unlesbar. Das ist ganz einfach. Da geht man wieder hier auf Werkzeuge, Optionen, auf Verschlüsselung. Also die Synchronisation ist ja aktiv. Gehen hier auf Verschlüsselung und dann erstellen wir ein Masterpasswort. Mit diesem Masterpasswort werden Verschlüsselungszertifikate erstellt. Die werden auch mit gesynkt, aber auf der gegenüberliegenden Seite können die Notizen nicht geöffnet werden, wenn das Masterpasswort nicht eingebaut wird. Das heißt, da würde ich mit dem Passwortgenerator irgendwas total kryptisches und langes nehmen und dieses Masterpasswort natürlich irgendwo ablegen. Achtung, wenn man das auf Mobilgeräten dann verwenden will, also auf Android und Co., man muss es auch noch eintippen können. Wenn man dann sehr merkwürdige Zeichen benutzt, die man über die normale Android- oder Apple-Tastatur nicht eintippen kann, sollte man vermeiden. Aber man sollte alles nutzen, was da geht. Ups, jetzt nicht weitergetippt. So, Speicher. Jetzt hat er ein Verschlüsselungszertifikat erzeugt. Und jetzt aktivieren wir die Verschlüsselung. Da müssen wir das Masterpasswort eingeben. Okay. So, und jetzt hat er im Prinzip das Verschlüsselungszertifikat erstellt. Und hier ist unser Masterpasswort drin. Und jetzt würde ich vorsichtshalber nochmal das machen. Daten neu verschlüsseln, damit auch wirklich alle Daten, die wir haben, verschlüsselt werden. So, jetzt synkt er hier schon schön. So, das dauert immer, wenn alles neu synchronisiert wird, ein bisschen abgeschlossen. Gehen wir in die Nextcloud rein. Jetzt bearbeiten wir die nochmal ein bisschen hier. So, und synchronieren wir sie in die neu. Abgeschlossen. Handen die Seite mal neu. So, und da ist das die Datei. Vor ein paar Sekunden kann ja nur die sein. Und wenn wir jetzt hier reingehen, jetzt sehen wir schon, dass man sozusagen den Text nicht erkennt. Also, der ist hier in diesen Block verschlüsselt mit diesem Verschlüsselungszertifikat. Auf dem Server selber sind die dann nicht mehr lesbar. Jetzt schwippen wir mal rüber zu Windows. Gehen wir jetzt runter. So, jetzt immer into Windows. Und jetzt wollen wir natürlich auf der anderen Seite das Ganze auch haben. Wir gehen jetzt in die Werkzeugoptionen, in die Synchronisation, in Nextcloud. So, ich habe es mir mal vorbereitet. Ich würde dann ein bisschen darauf achten, die großen Kleinschreibungen. Manchmal ist es egal, manchmal nicht. So, das ist der Benutzername. Und das Passwort ist das. Und jetzt können wir Synchronisationseinstellung überprüfen. Scheint korrekt zu sein. Ja, wohlgemacht. Wir haben jetzt nicht das Masterpasswort eingegeben. Das heißt, wir synchronisieren jetzt mal. So, und jetzt hat er schon gleich hier oben gesagt. Mindestens ein Hauptschlüssel benötigt ein Passwort. Das heißt, er hat die Notizbücher nicht geholt. Vielleicht kommen die ja auch gleich noch. So, und da gibt es natürlich einen Error. Der kann das nicht lesen oder entschlüsseln. Wir gehen jetzt mal hier. Geben jetzt das Passwort ein. Also, hier sehen wir, dass das Zertifikat schon mitgeladen wurde. Und jetzt, das ist auf Android und Co. ähnlich. Und dann nehmen wir einfach dieses Verschlüsselungs-Zertifikatspasswort ein. Machen auf Speichern. Und gehen zurück. Also, jetzt habe ich auf Abbrechen gedrückt. Aus Versehen. Dann nochmal synchronisieren. So, jetzt holt er sich die Elemente von dem Linux. Also, das heißt, über die Nextcloud synchronisiert. Abgeschlossen. Und, war zugeklappt. Neue Notizen. So, das ist jetzt die Notiz, die wir auf dem anderen. Also, klappt. Soweit. Als Hinweis würde ich nochmal sagen, gerade diese Verschlüsselung, die, wenn es geht, natürlich würde ich die aktivieren, bevor man die ersten Notizen anlegt. Also, ich habe da mitbekommen, da gibt es so ein bisschen Hutteleien manchmal. Beziehungsweise, man kann ja die Sync dann so machen, dass man sagt, okay, hier in Optionen. Also, es ist immer schlecht, wenn links und rechts unterschiedliche Stände sind. Also, man sollte wirklich mit was Leerem anfangen oder zumindest dann von einer Seite nach oben synchronisieren. Und wenn es dann Hutteleien gibt, dann gibt es hier in den erweiterten Einstellungen die Möglichkeit zum Beispiel, lösche lokale Daten und lade Daten erneut Synchronisationsziel. Also, auf der einen Seite schiebt man es hoch, von der anderen lebt man es runter. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit, alles, was man hier hat, zu exportieren. Also, einmal als SynetJax-Datei, das ist im Prinzip wie ein komplettes Backup von einzelnen Notizbüchern, immer ein bisschen aufpassen. Dann RAW, das ist im Prinzip dann jetzt nicht so im Paket, sondern dann liegen die ganzen Sachen einzeln rein oder als Markdown oder Markdown plus Frontmeta. Das heißt, hier ist dann, wenn man das erweitert bearbeitet hat, mit dem Editor ist das dann hier enthalten, hier ist es nicht enthalten. Oder halt als reines HTML- oder PDF-Datei. Das kann dann jeder selber machen. Diese Jax, die lasst sich natürlich auch importieren. Dann stellt er sozusagen das ganze Notizbuch wieder her oder beziehungsweise die ganzen Notizbücher unter einem Profil. Die Profile, die hatten wir ja hier. Die kann man dann wechseln oder Neues erstellen oder auch die Profilkonfiguration bearbeiten. Also, falls man jetzt mit verschiedenen Teams arbeitet, dann würde ich das hier mit den Profilen machen, der Einfache teilbar. Ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch, Abo hinterlassen und das Glöckchen nicht vergessen für das nächste Video. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare reinschreiben oder schreibt mich per E-Mail an. Ich werde mich bemühen, da zu antworten. Und sollte jemand sich mit irgendwelchen Sonderlösungen und Joblin interessieren, dann können wir da bestimmt auch ins Gespräch kommen. Ansonsten einen schönen Rest der Woche und einen guten Start in die neue natürlich. Tschüss, euer Christoph.